Freunde, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Im heutigen Video habe ich etliches vor, es sind aber ganz viele kleine Dinge, die kein einzelnes Video wert sind. So, als nächstes müssen wir mal einen Griff auswechseln, das nervt mich nämlich auch schon lang. So, und zwar von einer Festool Domino. Ihr seht, ich habe noch die Lamello-Fräse, dann habe ich die Domino. So, und aktuell suche ich noch ein Projekt, wo ich mich überreden kann, dass ich mir diesen Duo-Dübler hole. Ja, kennt ihr das? Wenn ihr euch so manche Geräte, die ihr euch selber verkaufen müsst, die ihr mal letztens so einen Sakko kauft, ja. Ihr habt mich nicht dazu durchringen können, weil wir da kamen oben, dann laufen wir runter, da sage ich, boah, das ist so geil, aber ich weiß nicht, wann ich es anziehen soll. Und während wir mit der Rolltreppe runterfahren, ja, sagt sie, ja, übrigens demnächst ist die Taufe von der, sage ich, Taufe, alles klar, sind wir da hochgefahren, habe ich schon einen Grund gehabt, warum ich es mal verkauft habe, ja. Und so ist es mit dieser Duo-Dübler auch, ja. Ich warte noch auf ein Projekt, wo ich einen Grund habe und sagen kann, ja, dafür brauche ich sie, ganz klar. Wer sich da wiedererkennt in dem, was ich gerade erzählt habe, der darf mir gerne einen Kommentar da lassen. So, jetzt schauen wir uns das mal an hier. Die ist nämlich leider Gottes mal runtergefallen und seitdem geht dieses Ding immer ab. Und das geht mir halt voll auf die Nerven. Und hier oben sind auch so Clips dran, die sind auch schon weg. Gibt es bei Festool alles, ja, habe ich bestellt. Kost, also, das habe ich jetzt für die vier Teile zahlt, also der Griff und die zwei Plastikteile, glaube ich, 11 Euro mit Versand. Das, aber das Schöne ist, du kriegst halt die Ersatzteile, ja. Bei manchen anderen Maschinen kriegst du die Ersatzteile halt gar nicht. So, jetzt geht es nämlich nochmal ab. Das ist mir gehörig auf die Nerven gegangen, sage ich euch. So, jetzt machen die zwei Plastikdinge da wieder drauf. Das kommt da drauf. So, weil die Domino kann ich natürlich auch anders hinlegen, also so rum. Und deswegen sind diese Teile da zum Schutz des Aluminiums, dass das nicht verkackt, verkackt, kann ich vielleicht ein anderes Wort finden. Wie sagt man? Verschrammt, genau. Dass das nicht vermackt, genau, vermackt und verschrammt. Verkackt, hört sich ja, hört sich ja Kacke an. Gut, das Gerät haben wir repariert. Oh, da habe ich auch noch was, das werde ich demnächst auch machen. Da ich jetzt neue Superkräfte habe, aka, ich kann meinen 3D-Drucker gerade bedienen und ein bisschen konstruieren, werde ich das hier neu machen. Den Schieber da, der ist für die Voreinstellungen der Materialdicken, habe ich bei Etsy gesehen, da gibt es welche, die machen das für die üblichen Materialien. Das fängt hier irgendwie bei 18, 20, 22, 25, aber das sind jetzt eher Materialdicken, die bei mir in der Werkstatt selten vorkommen. Bei mir ist eher 12, 18, 18 war es da eigentlich auch fast schon und dann werde ich mir diesen Schieber neu machen. Wie gesagt, bei Etsy gab es einen, der hat das gemacht und nachdem ich ja meine Superpower habe, wird das demnächst von mir selber mal gemacht werden, weil so taste ich mich und so kann ich es auch euch empfehlen, wenn ihr CAD lernt, fangt mit einfachen Projekten an, anders geht es ja auch nicht. Und das sind halt so einfache Projekte, wo ich mir meine ersten Sporen verdiene. Gut, erste Sache von 5000 abgeschlossen. Das sind halt alles so Sachen, die finden statt, wenn die Kamera nicht an ist, dann nach dieses Mal filme ich es einfach mal mit. So, nächstes Thema, mein Schneidebrett. Ich habe hier, ich zeige es euch mal, ich habe an meinem Schneidebrett solche Füße dran gebaut. Das ist natürlich einmal, dass das nicht direkt auf der Küchenplatte aufsteht, wenn da irgendwie Wasser auf der Küchenplatte ist oder so, dass das nicht direkt mit der Fläche in Berührung kommt. Jetzt gibt es mit diesen Füßen leider nur ein einziges Problem. Und zwar habe ich auf etwas nicht geachtet. Carmen hat letztens festgestellt, das steht auf unserer Küchenplatte und sie will wischen. Und dieses ganze Schneidebrett bewegt sich hin und her. Haben wir festgestellt, dass es keine Anti-Rutsch-Füße sind bei dem anderen Schneidebrett. Das steht richtig fest. So, das sind ja eigentlich auch Küchenplatten hier. Das können wir gerade mal simulieren. Wie gesagt, das ist halt blöd, wenn du das Ding auf der Küchenplatte stehen hast und du möchtest es abwischen. Ja, komisch, hier steht es jetzt, ja. Wie dem auch sei, daheim ist es auf jeden Fall durch die Gegend gerutscht. Da habe ich mal bei Amazon Anti-Rutsch-Füße bestellt. Rat mal, was gerutscht ist. Genau die Füße. Da habe ich ewig rumgesucht, weil die bei dem vorherigen Schneidebrett, die waren supergeil. Ich habe, glaube ich, ewig gebraucht, bis ich die gefunden habe. Und zwar sind das, keine Werbung, ja. Das sind von 3M Bump-On, nennen die sich. Ich habe die leider nicht mehr in der gleichen Größe bekommen. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir das irgendwie adaptieren. Aber das sind halt wirklich richtig geile Anti-Rutsch-Füße. Und alle denken sich so, Alter, warum zeigt das, was langweilig ist? Naja, ihr werdet gleich sehen, warum es nicht so ganz langweilig ist, wenn ich es rauskriege, ohne mich zu verletzen. So, hier. Das Ding ist nämlich erheblich tiefer als mein Teil, was wir jetzt hier gleich reinkleben werden. Schier im Bauch gestochen, hey. Also müssen wir uns jetzt quasi überlegen, wie wir das adaptieren, dass wir diese kleinen Furzdinger... Ah, genau, 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 super, genau mit der Klebeseite natürlich auf dem Boden, gell. Ah, das sind so Tage, die liebe ich nicht. So, ihr seht, das passt zwar locker rein, aber ist leider bündig mit der Fläche. Also bringt es mir so nichts. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das auffüllen können. Es gibt natürlich mehrere Varianten. Schauen wir mal, ob... Naja, die Variante ist scheiße. Ich verstehe, ihr könnt da zwei, drei so Münzen reinkleben. Aber das ist ja auch Verschwendung, oder? Das ist ja auch Quatsch. Müssen wir irgendwie anders lösen. Das müsste irgendwas aus Holz sein. Rund. Genau in dem Durchmesser. Ha, ha, ha. Markieren wir uns noch die Mitte. Das ist ein sogenannter Zentrumsfinder. Da habe ich dann am Schluss perfekt die Mitte markiert. Ja, aber warum klebst du, eine Truppe? Ganz einfach. Das Schneidbrett wurde ja geölt. Und auf einem verölten Holz kannst du fünfmal mit Leim probieren. Wird nicht gehen. Könnt ihr gerne mal probieren. Ich habe es auch schon oft gedacht. Scheiß drauf, machen wir es einfach. Hält nichts. Kommt dieses Ding drauf, da das rohes Holz ist. Das ist natürlich die perfekte Klebefläche. So, geht nie wieder ab. Jetzt hoffe ich, dass es nicht wackelt. Naja, minimal ist... Ach, scheiß drauf. Das ist so minimal. Das fällt gleich auf. So, nächstes Projekt fertig. Im Übrigen, sehe ich gerade, was hier liegt. Für die fleißigen Zuschauer, ja. Was haben wir denn hier, ja. Was wird es demnächst bei uns geben? Demnächst dauert aber noch ein paar Wochen, ja. Das haben wir. Und dann haben wir auch noch, was haben wir denn hier Feines? Was haben wir denn hier Feines? Eine Frässchablone mit eigenem Profil. Das gibt es weltweit genau. Ein einziges Mal, weil wir das haben erstellen lassen für uns. Die Frässchablone, die wird auch richtig gut. Die ist sogar, wo die behaupten, einen Tick besser als die von Festool. Was? Also, Digga. Also, Entschuldigung, Kinder. Und vor allem auch wesentlich günstiger, wenn sie rauskommen. So, was ist das? Das ist von meinem Sonnenschirm, das Drehgelenk. Hier ist der ganze Sonnenschirm montiert. Hier kann ich drauf treten und kann den Sonnenschirm, das geht jetzt sehr schwer, das ist auch gut so, und kann den Sonnenschirm eben drehen. Also, ich könnte ihn drehen, ja. Wenn nach dem Winter das ganze Ding nicht so zusammengerostet ist, dass du erst mal Unmengen von irgendwelchem Öl in einem ganz blöden Winkel da reinsprühen musst, dass sich das Ding wieder dreht. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Wir machen es viel schlauer. Halt, was geht hier ab, hey? Schauen wir mal. Ach, das sind einzelne Kugeln drin, okay. Ja gut, das macht ja nichts. Solange wir das wissen, ist das ja kein Problem. Das sind die oberen, ach, das sind die unteren Kugeln, okay. Sind da noch welche? Nö, okay. Also, gut ist relativ, gell, muss man jetzt auch dazu sagen. Das war Anti-Sees-Paste, ich weiß es aber nicht direkt, ob die schmierend ist. Aber komm, wir klatschen da einfach mal eine Unmenge an Fett rein. Das dürfte auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke helfen. Dass es mir selbstverständlich runtergefallen ist und alle Kugeln irgendwo auf dem Boden sind, brauche ich wohl nicht zu erwähnen, oder? Nö. Aber ich glaube, ich habe alle. Nö, schaut so aus, als ob ein oder zwei fehlen. Heiligsblechle, du ehrlich. Da bist mal keine mehr gefunden. Jetzt schau mal diese Anti-Sees-Paste, die ich da habe. Also korrigiert mich in den Kommentaren, dass es eben gerade so eine Montage-Paste, die dafür ausgelegt ist, Teile, die wirklich unter Wasser sind oder die starke Regen, ihr wisst, was ich meine, starken Regen ausgesetzt sind, gibt es so eine Anti-Sees-Paste. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die schmierende Wirkung hat, was steht denn hier? Süß, See, Seewasser, Wasserdampf, verhindert Rost, Korrosion, Verschleiß, Festfressen von, ja, das ist genau das, was wir brauchen. So, schmiere jetzt einmal großzügig hier drauf und dann hoffe ich, dass sich das Thema nach dem Winter erledigt hat. So, und das muss jetzt quasi da drauf, aber dieser Hebel an der Seite muss gezogen werden. Das war das, was auch vorher diese Spannung erzeugt hat, wo wir es aufgemacht haben. So, jetzt ist der Hebel drin. Das schaut echt aus, als ob es klappt hat. Bis auf das, dass ich das Ding vergessen habe. So, ich habe es noch kurz reingeschraubt. Jetzt dreht sich das nicht, oder was? Ja doch, das muss sich schwer drehen. Das ist ja, wie gesagt, ein Riesenschirm mit einer großen Ausladung. Da ist es schon okay, wenn es schwer geht. Gut, nächstes Projekt fertig. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, was macht die Truppe eigentlich so, wenn die Kamera aus ist? Das sind genau die Sachen und Dinge, die ich mache, wenn die Kamera aus ist. Den Müll wegfahren, halt einfach die Werkstatt organisieren, weil ich komme ja nicht nur her, baue irgendwas und gehe. Es muss aufgeräumt werden, der Laim muss aufgefüllt werden, der Laim muss beschafft werden. Das ist nichts anderes wie in einem völlig normalen Betrieb hier, nur dass ich halt einfach YouTube-Videos mache. Aber zu einem normalen Unternehmen ist hier keinerlei Unterschied. Also, mein Müll muss ja auch jemand wegbringen, gekehrt muss werden, sauber gemacht muss werden. Das mache ja alles ich, das muss ja irgendwann auch gemacht werden. So, next on the agenda. Ah ja, wie ihr in dem letzten Projekt mitgekriegt habt, ich glaube die Horizontal-Bohr-Vorrichtung war es, bin ich hier in diese Schiene reingefräst. Sieht mir jetzt hier ganz gut. Hier bin ich vom rechten Weg abgekommen und habe voll in die Schiene reingefräst. Zuerst habe ich mir gedacht, ich kann die Schiene wegschmeißen, habe mich dann aber besonnen. Das ist ja Quatsch, die Schiene muss nicht weggeschmissen werden. Das heißt, ich brauche einfach nur einen neuen Splitterschutz. Und wie auch schon vorher, kannst du das eben natürlich alles bei Festool kaufen. Ich habe mir den Splitterschutz gekauft, den wollen wir jetzt da hinkleben und dann haben wir im Endeffekt wieder eine komplett nagelneue Schiene. Seht ihr auch gleich warum. So Klebeflächen mache ich ganz gern mit Isopropanol, also mit fast reinem Alkohol. Alkohol 99,9 Prozent, den könnte steht theoretisch, aber nachdem ich keinen Alkohol trinke, ist das eher nichts für mich. Aber da mache ich Klebeflächen ganz ganz sauber und dann weiß ich nämlich, dass das auch die maximale Klebekraft entwickelt. Oder nicht Klebekraft, aber maximale Haftkraft. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt kleben wir mal diesen neuen Splitterschutz. Oh, der ist aber lang. Da war ich aber großzügig. Jetzt kleben wir den neuen Splitterschutz mal da drauf. So, hindrücken, ist klar. Und dann einfach um diese Kante hindrücken. So, jetzt werdet ihr auch gleich sehen, warum das gar kein Problem ist, dass ich da reingesägt habe. Eine neue Ecke, das ist nicht gleich direkt. So. Eine wichtige Sache müssen wir noch gleich machen, die durften wir auf keinen Fall vergessen. Sonst gibt es nämlich große Probleme beim Sägen. Jetzt zeige ich euch aber erst, warum es kein Problem ist, dass ich in die Schiene reingesägt habe oder reingefräst habe. Denn im Endeffekt ist dieser Splitterschutz hier. Mit dieser Kante des Splitterschutzes visiere ich ja quasi die Linien an, an die ich es anlege. Nicht mit der Schiene. Und geführt werden die Maschinen über diese Profile. Das heißt, es ist völlig unausschlaggebend, ob ich da mal reingefräst habe. Wie ihr gesehen habt, Splitterschutz erneuert und ich kann die Schiene benutzen. Und jetzt zu der Sache, die ich auf keinen Fall vergessen darf, wenn ich einen neuen Splitterschutz angebracht habe. Ich habe euch ja gerade erklärt, mit dem Splitterschutz visiere ich die Linien an, auf die ich es hinlege und dann säge. Der Splitterschutz ist es aber nagelneu. Das heißt, ich muss jetzt mit der Säge den Splitterschutz erstmal absägen, dass er mit meiner Säge fluchtet. Und erst dann kann ich quasi den Splitterschutz als Maß nehmen, das ich an meine Linie anlege. Weil sonst habe ich jetzt irgendwie 3-4 mm Versatz. Werdet ihr da gleich sehen. Was ich jedem, aber auch wirklich jedem, der eine Tauchsäge hat, empfehlen kann, sind diese Boards. Die gibt es in jedem Baumarkt. Das ist wie so ein festerer Schaum. Kostet 6 Euro das Stück. Weil egal, ob du in deiner Einfahrt auf deinen Pflastersteinen mit deiner Säge sägst oder in der Werkstatt, auf deiner Werkbank. Es ist super komfortabel. Ich habe früher immer Holz drunter gelegt. Das hat sie nicht auf der ganzen Seite unterstützt, weil das immer Stützen war. Mit dem Ding unterlegst du dein Material vollflächig. Und du kannst auch reinsägen, wie man hier schon sieht, reinsägen, reinfräsen. Weil in die Werkbank reinfräsen oder sägen ist jetzt nicht immer so geil. Wie gesagt, die Dinger sind saubillig. Kann ich wirklich jedem von euch ans Herz legen. So, wir messen mal den Überstand. Ich habe jetzt hier ein bisschen über 5 mm. Denn wenn man das nicht macht, und ich hätte das auch beinahe vergessen, dann wundert man sich am Schluss. Ja, Moment mal. Das Ding sollte irgendwie 30 cm sein. Es ist aber 28. Ja, warum? Ja, weil du vergessen hast, den Splitterschutz einzusägen. So, wir hatten vorher 5, jetzt haben wir 2. Also ihr seht, das ist schon eine ganze Menge. Und somit wäre die Schiene wieder einsatzbereit. Ich bin auch echt wieder erstaunt, wie viel sich im Laufe der Jahre ansammelt. Ich habe ja schon etliche Vorrichtungen weggeschmissen. Die Schienen haben sich in den Jahren angesammelt, da die Vorrichtungen... Also es hat sich so viel in den Jahren angesammelt, ich habe schon so viel weggeschmissen. Das freue mich noch auf. Dann fange ich das nächste Projekt an. Und für euch gilt, ab in die Werkstatt und selber was machen.